Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Marc Fleischer und ich arbeite als Produkt-Marketing-Spezialist für die Firma ABB. Ich darf Sie ganz herzlich zu dem heutigen Tutorial über die Kombi Schaltaktoren begrüßen. Heute Teil 3, Vorlage Jalousieaktor. Heute wollen wir uns einmal ansehen, wie man die Vorlage des Jalousieaktors bearbeitet und im Anschluss daran diese Vorlage auf die einzelnen Jalousieausgänge übernimmt beziehungsweise diese in den einzelnen Jalousieausgängen nochmal anpasst. Im Projekt habe ich einen Kombiaktor, 16 Kanäle, 16 Ampere angelegt, 16 Schalterkanäle, 8 Jalousieaktkanäle. Ich wechsle eben in die Parameter und schaue mir jetzt mal die Vorlage des Jalousieaktors an. In der Grundeinstellung dann eben die Frage, ob Schwellwerte verwendet werden sollen oder Logikfunktionen, dann natürlich das ganze Thema Buschspannungsausfall, Buschspannungswiederkehr, ETS-Download. Wie soll der Motor reagieren? Im Reiterantrieb finden wir die Zeit für Auf und Ab beziehungsweise natürlich auch dann die Frage nach einer Referenzfahrt, einer Umkehrpause, bevor der Motor wieder in die andere Richtung fahren darf. Verzögerungszeiten, wie zum Beispiel Anlauf verzögert oder Auslaufverzögerung, kann man hier parametrieren. Wenn man in den Behang selber wechselt, die Frage nach der Positionierung, also wenn ich in eine Position fahren will, soll das direkt erfolgen oder über die obere, untere Endlage den kürzesten Weg, dann kann man das hier parametrieren. Wenn man mal ein Kommunikationsobjekt hier freigibt und sagt, ich möchte Kommunikationsobjekte haben für Höhe und Lamelle und setzt hier einen Haken rein, dann kann man draußen auch schon direkt die Reaktion darauf sehen, denn wir sehen jetzt ist hier für alle Ausgänge Position Höhe und Lamelle anfahren entstanden. Warum? Weil im Moment die Vorlage auf alle Jalousieausgänge wirkt und somit hat das einen direkten Einfluss darauf, dass eben hier dementsprechende Objekte entstehen. Das heißt, wir können hier wieder die Parameter für den Jalousieaktor einstellen. Wir haben hier die Möglichkeiten zu sagen, auf welche Wetteralarme soll das Gerät bzw. der Ausgang reagieren. Wenn wir vorher hier oben bei dem Thema Sicherheit und so weiter Alarm angelegt haben, können wir hier jetzt die Einzelreaktion auf das Gerät dort festlegen. Wir können die einfache Sonnenschutzautomatik hier aktivieren, um dementsprechend zu sagen, wo soll das Gerät bei Sonne hinfahren, wo soll es, wenn die Sonne weg ist, hinfahren. Dann gibt es eine Aktivierung der Automatik dementsprechend über ein Objekt bzw. eine automatische Rücknahme. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Statusrückmeldungen zu bekommen über die Höhe, über die Endlage, über die Bedienbarkeit und, und, und. Also lauter Objekte, die wir hier freigeben können, die uns dann in der ETS zur Verfügung stehen. Und natürlich auch die Möglichkeit der Szenezuordnung wieder dementsprechend hier auch erweiterbar zu mehreren Lichtszenen. Wenn wir hier an diesen Vorlagen Änderungen bzw. unsere Einstellungen vorgenommen haben, dann entscheiden wir jetzt pro Ausgang, ob wir diese Änderungen auch verwenden wollen. Also wir haben jetzt hier unseren Jalousieaktor, ja, auch dementsprechend die Funktion für Alarm und so weiter. Wir wechseln auf die Grundeinstellungen und sehen jetzt ab den Grundeinstellungen Antrieb, Behang, Status, Meldung, das hier immer steht, aus der Vorlage übernehmen. Sollte also irgendwo mal etwas sein, wo wir sagen, wir möchten das nicht aus der Vorlage übernehmen, können wir hier jederzeit sagen, dann möchten wir das Ganze individuell haben. Und vorhin haben wir bei Behangen ja eingestellt, dass wir Position und Höhe über Lamelle freigeben wollen. Jetzt ist hier der Haken zurzeit nicht gesetzt. Das heißt, wenn wir mal in die Kommunikationsobjekte wechseln, dann sehen wir das auch, nur bei dem Kanal A, den ich gerade bearbeitet habe, sind die Objekte Position und Höhe nicht vorhanden. Ansonsten bei allen Ausgängen sind sie noch da, weil die ja die Vorlage verwenden. Sie sehen, Sie können also damit sehr viel Zeit sparen. Sie parametrieren einen Ausgang und übernehmen den letztlich auf alle weiteren Ausgänge, so denn natürlich alle Ausgänge in der gleichen Art und Weise beschaltet werden. Sollte es irgendwo eine Ausnahme geben, ist es überhaupt kein Problem, diese Ausnahme jederzeit hier auf individuell wieder zurückzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.